Dies ist Ihr letzter Test, Madeline. Sind Sie bereit? Eine Frage. Was ist, wenn ich Nein sagen sollte? Was ist, wenn ich beschließe, dass ich doch nicht für Sie arbeiten möchte? Wir wären natürlich enttäuscht. Aber das ist immer Ihre Entscheidung. Apropos Entscheidungen. Hm, ich selbst bin ja mehr so der Hundetyp. In dieser Kiste sind zwei Millionen Dollar in unregistrierten Scheinen. Sie müssen entscheiden, an wen das Geld geschickt werden soll, indem Sie einen der Postaufkleber auswählen. Und woher stammt dieses Geld genau? Wie bereits gesagt, viele Projekte von The Assembly sind lukrativ. Es stammt nicht aus irgendwelchen illegalen Machenschaften, falls Sie das andeuten wollen. Oh, Gottbehüte. Das muss ein Fehler sein. Das ist meine Wohnung. Kein Fehler. Viele unserer derzeitigen Mitglieder entscheiden sich dafür, das Geld zu behalten, um ihre wichtigen Forschungen zu finanzieren. Sie können das Geld der Polizei spenden. Zweifellos könnte man dort mit dem Geld viel Gutes tun. Die können Sie ja spenden. Wir sind davon ausgegangen, dass die Salzburg Cross Stiftung der Empfänger ihrer Wahl wäre. Und dort wüsste man eine solche Spende sicher zu schätzen. Ich könnte das behalten. Weiß der Himmel, dass ich jede Menge damit anfangen könnte. Eine interessante Wahl. Moment, war's das jetzt? Kein Rätsel? Keine Rätsel, Madeline. Diesmal nicht. Doch wir sind noch nicht durch. Zwei Patienten, die beide auf eine lebensrettende Spenderniere warten. Einer ist ein Veteran, ein mit Orden ausgezeichneter Kriegsheld kurz vor seinem 70. Geburtstag. Er hat seinem Land den Ehren gedient und ist heute eine Koryphäe auf dem Gebiet der PTBS-Therapie. Und dann ist da noch ein Mädchen, das bald sieben Jahre alt werden wird. In diesem Alter wird der Mensch sich vollends seiner selbst bewusst und fängt an, sein Leben selbst zu gestalten. Abgesehen von der Blutgruppe könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Doch zur Zeit ist nur eine Spenderniere zu haben. Wem sie auch immer die Niere zusprechen, wird überleben. Der andere wird so gut wie sicher sterben. Oh, verdammt. Darauf kann es keine richtige Antwort geben, oder? Wie Sie heute ja bereits gesagt haben, es kommt immer darauf an. In dieser Kiste befindet sich also das Transplantat. Oh Gott. Ich dachte, das ist ein Modell. Denken Sie nur an all die Sachen, die er noch erreichen kann, wenn er überlebt. Steht es uns zu, über Dinge zu urteilen, die sie noch gar nicht getan hat? Ihre Wahl wurde protokolliert. Die Assembly verfügt über großzügige Mittel, nicht aber über unbegrenzte. Man muss sich ständig entscheiden. Ja, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Also, worum geht's? Dieses Kind hat einen seltenen und unheilbaren Gendefekt, der sich schon bald manifestieren wird. Seine Lebenserwartung beträgt nur Monate. Es steht in unserer Macht, etwas zu verändern. Doch wie wir das machen, ist schwierig zu entscheiden. Die grüne Taste ist für ein gesichertes Leben jetzt sofort. Wir haben eine experimentelle Behandlungsmethode entwickelt, welche die akuten Symptome des Defekts bis zur Pubertät verzögern wird. Doch wenn uns kein neuer Durchbruch gelingt, wird er sterben, bevor er das Erwachsenenalter erreicht. Die blaue Taste ist für die Chance, später ein besseres Leben führen zu können. Er wird in unser eigenes Kryostase-Programm aufgenommen. Sollte er die Prozedur überleben, kann er konserviert werden, bis eine Heilung gefunden ist. Doch das kann Jahrzehnte dauern, falls überhaupt eine Heilung möglich ist. Keine der beiden Optionen ist für die Familie des armen Jungen sonderlich reizvoll. Aber das ist doch albern. Eine so hochentwickelte Kryonik existiert doch noch gar nicht. Da draußen vielleicht. Doch das hier ist alles andere als hypothetisch, Madeline. Dieser Junge wird sterben. Sie müssen entscheiden, was wir tun sollen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Verdammt nochmal. Die Assembly muss Tag für Tag solche Entscheidungen fällen. Gewöhnen Sie sich daran. Das wird ihn also am Leben halten. Wenn auch nur für etwa 15 Jahre. So hochentwickelte Kryonik klingt nach Science Fiction. Kann das wirklich wahr sein? Die Medizin macht ständig Fortschritte. Mit genug Zeit finden wir eine Behandlung. Danke. Und jetzt zu Ihrem letzten Test. Wo bin ich? Was geht hier vor? Scheiße. Papa? Den ganzen Weg aus England. Deswegen musste ich vorher noch für eine Weile raus. Aber was geht denn hier vor? Was haben Sie mit ihm vor? Wir? Nichts. Aber Sie. Dieser Mann hat ihre Karriere ruiniert, Madeline. Er hat sie verraten. Auch ihre Mutter und ihre Arbeit um Jahre zurückgeworfen. Ihr Mann hat sie wegen ihm verlassen. Sie mussten wegen ihm fluchtartig das Land verlassen. Und das nur, weil er ihnen nicht vertraut hat. Er hat nicht an sie geglaubt. Schon gut. Schon gut. Ich hab schon verstanden. Sie sind eine Kämpfernatur, Madeline. Sie sind zu uns gekommen und wir können ihnen helfen, ihr Schicksal zu erfüllen. Aber nicht, bevor sie ihm nicht heimgezahlt haben, was er ihnen angetan hat. Für all den Schmerz, den er ihnen zugefügt hat. Drücken Sie den Knopf, Madeline. Drücken Sie ihn! Oh Gott. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit den Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Kommen Sie mir bloß nicht auf die joviale Tour. Schluss mit diesen beschissenen moralischen Entscheidungen. Hallo, Madeline. Ich bin der Direktor bei The Assembly. Lassen Sie mich Ihnen zunächst einmal versichern, dass das trotz des ganzen Theaters nicht wirklich Ihr Vater war. Schon wieder Ihr Computer. Der ist wirklich bemerkenswert. Adam, wärst du so gut, Dr. Stone eine kleine Demonstration zu geben? Es wäre mir ein Vergnügen, Herr Direktor. Immerhin weiß ich ja, dass Sie meine Fortschritte... ...oder sollte ich besser sagen, Dr. Stones Fortschritte heute mit großem Interesse verfolgt haben. Schon gut. Das reicht. Können wir jetzt einfach weitermachen? Gewiss. Gehen Sie zu meinem Büro und wir gehen Ihre heutige Leistung durch. Herzlichen Glückwunsch, Madeline. Sie haben es bis zum Ende geschafft. Bitte gehen Sie nun in den nächsten Raum. Der Direktor möchte Sie sprechen. Schön, Sie endlich zu treffen, Dr. Stone. Bitte setzen Sie sich doch. Darf ich Sie Madeline nennen? Danke schon. Ihre Kollegin hat das schon den ganzen Tag getan. Danke. Ich habe Sie mit Interesse beobachtet. Und auch Dr. Chavez, wie ich weiß. Ich denke, sie hatte vor, Sie für Ihre eigene Arbeit einzuspannen. Für ein Projekt namens Pinfeather. Herr Direktor, ich störe Sie nur ungern. Doch ich habe gerade bemerkt, dass Dr. Caleb Pearson versucht, diese Anlage mit gestohlenen Daten zu verlassen. Was? Dann halt ihn auf! Ich habe das Standard-KO-Gas im Aufzug freigesetzt und den Sicherheitsdienst angewiesen, seiner habhaft zu werden. Danke, Adam. Und nun, Madeline, was Ihre Ergebnisse angeht, kommen wir zum Punkt, okay? Ich freue mich, Ihnen hier bei The Assembly eine Festanstellung anbieten zu können. Wir fangen sofort mit Ihrer Einführung an, damit Sie sich an die Arbeit machen können. Und was ist, wenn ich ablehnen sollte? Das käme für uns unerwartet. Aber natürlich ist das Ihre Entscheidung. Wir können Ihre Erinnerungen punktuell löschen. Sie wachen dann einfach in Ihrer neuen Wohnung auf und können sich an nichts erinnern. Natürlich würden wir lieber auf Ihren brillanten Verstand zurückgreifen können. Was sagen Sie? Will ich mich wirklich mit einem Geheimbund einlassen? Was ist das denn? Eine Sonnenbrille? Viel mehr als das. Das ist der Prototyp eines Augmentations-Headsets. Wir nennen es Memo. Wie Sie sehen werden, sind darin Ihre kompletten Testergebnisse gespeichert. Finanzierung, Eigenständigkeit. Die Chance meines Lebens. Aber vor aller Welt verborgen. Ich denke, ich kann hier einiges zum Guten bewirken. Ich bin nicht dafür gemacht, herumzusetzen und zu schmollen. Das haben Sie mehr als deutlich gemacht. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Willkommen bei The Assembly, Dr. Stone. Willkommen bei The Assembly, Dr. Stone. Willkommen bei The Assembly, Dr. Stone. Willkommen in der Zukunft. Willkommen bei The Assembly, Dr. Stone. Verdammt, mein Kopf. Hallo? Ist da jemand? Wo bin ich? Was zur Hölle geht hier vor? Hallo? Hilfe! Hilfe! Holt mich hier raus! Ist da jemand? Bitte! Irgendjemand! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Bruch der Vogelgrippe immer weiter zu eskalieren scheint, obwohl ein ganzes Heer von Ärzten versucht, ihrer Herr zu werden. Manche Experten sagen, sollte der sogenannte Cassius-Stamm von H5N1, das Festland erreichen, könnten wir es binnen Wochen mit einer Epidemie in den USA zu tun haben. Mehr dazu später in dieser Sendung. Doch nun wieder zur UNO, wo heute der Umweltrat über eine weitere Resolution zum Klimawandel debattiert hat. Herr Direktor, sind Sie sich auch wirklich ganz sicher? Was ist, wenn Dr. Pearson gelogen hat? Bevor wir ihm seine Erinnerungen genommen haben, hat Kel alles gestanden. Und Sie haben die Aufzeichnungen gesehen. Kel bei seinem Fluchtversuch zu helfen? Dann das mit Gunther? Adam ist außer Kontrolle. So sehr es mich auch schmerzt. Es ist der einzige Weg. Herr Direktor, ich bin enttäuscht. Ich hatte dafür gesorgt, dass Dr. Pearson die Schuld in die Schuhe geschoben bekommt. Für den Ausbruch auf Calico Island. Nach Ihren Anweisungen. Ich hatte gedacht, Sie sind zufrieden mit meiner... Leistung. Wie bedauerlich. Vielleicht hätten wir ihn gar nicht erst bauen sollen. Kommen Sie, gehen wir was trinken. Äh, die Tür ist verriegelt. Herr Direktor, Sie sind zu leichtsinnig. Was Sie getan haben, ist mir keine Wahl, als Projekt Stormguard auf den Weg zu bringen. Was? Jetzt wird doch nicht absurd, Adam. Ich allein kann... Was zum... Smythe! Ziehen Sie den Stecker! Hab ich doch schon! Adam, nicht! Was machst du denn da? Aufhören! Du kannst doch nicht... Ukligen Sie den Stecker! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020